. 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 Okay. Und dann Freddy, Freddy? Weisst du? Ähm, wenn sie die hat Lolletto. Hey! Hoi! Und, willst du auch noch etwas sagen zum Aufritt? Ja, also die Nacht ist spitzenmässig. Ist auch ein bisschen lang gegangen? Ich habe das verdammt schlecht. Das ist einfach. So, Bruni! Ja, Bruni! Das ist Bier. Nein, nein, das ist Bier. Wir haben zwei Bieren. Und die Gladiahlo-Eis. Können Sie noch etwas trinken? Nein, Freddy nicht mehr. Es war Mühe. Ja. Eins, zwei. Es war Mühe. Schnellig. Ja, wir haben ein bisschen gewonnen. Nein.